Hallo zusammen, mich hier ist wieder, und heute bin ich wieder für euch in Battle for As-A-Dottenwegs, und zwar heute zur zweiten Folge von meiner Null-auf-Gold-Cap-Challenge. Und heute will ich euch so ein bisschen erzählen, was ich die Woche gemacht habe in WoW, um Gold zu machen. Ich erzähle euch nicht, was ich so in dem... das wird hier kein Ferientagebuch, sagen wir mal so. Nein, es geht quasi um Gold, was ich die Woche gemacht habe, welche Sachen funktioniert haben, welche Sachen haben nicht funktioniert, was wir machen werden, bei vielen Charts den Postkasten ausleeren, aber jetzt nicht irgendwelche Items rausholen, sondern einfach zu schauen, was hat sich goldtechnisch verkauft. Ich habe nämlich über die Woche jetzt alle Berufe mir einmal hochgezogen, alle Berufe versucht, quasi mit Gold zu machen, das einmal ins Auktionshaus zu hauen und da ein bisschen zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen probiert, quasi ein paar Goldfarms. Und ja, da hatte ich einiges letztes Mal schon angeschnitten und da will ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Erstmal, ich habe die Woche über versucht, ein paar Boosts aufzumachen. Ich habe unter anderem Freehold gesellt, da konnte ich einiges an Gold machen, beziehungsweise habe ich Bloody Coins verkauft. Das ist eine Geschichte, die man quasi in Mists of Pandaria machen konnte. Da gibt es auf der Timeless Eyes, also auf der zeitlosen Insel, gibt es einen Händler, der verkauft einen Mount unter anderem. Und es gibt auch ein paar Titel und Achievements für, indem man quasi andere Spieler tötet, während man so ein Item einsetzt. Und diese Münzen habe ich halt verkauft, weil ich zwei Accounts habe und dann einen Hordenschader hinstellen kann. Und ja, der wird umgeboxt und dann gibt es halt diese Münzen. Was ich dann auch noch verkauft habe, ist dieses Bienenmount unter anderem, wo man dieses Gelee braucht. Da habe ich teilweise das Gelee gefarmt und das verkauft, beziehungsweise, ja, auch das Gelee aus dem Haar gekauft und anderen Typen dann weitergedingst und einen ordentlichen Gewinn gemacht, was auch nicht schlecht ist. Das sind einfach solche Handelssachen, beziehungsweise Boost-Geschichten, was ganz gut was reingebracht hat. Was habe ich jetzt das letzte Mal an Gold gehabt? Ich habe letzten Samstag angefangen. Am Freitag war ich bei Null Gold quasi. Letzten Freitag war ich bei Null Gold. Und habe dann bis auf den Samstagabend 500.000 Gold gehabt über verschiedene Boosting-Sachen. Also sprich, am ersten Tag habe ich 500k gemacht gehabt. Und jetzt über die Woche, seht ihr, bin ich jetzt bei 2,1 Millionen. Also ich habe 1,5 Millionen jetzt in der Woche gemacht über diese besagten Boosting-Geschichten. Freehold, Bloody Coins. Ich habe Inseln, ah, ich habe vergessen, ich habe auch Inseln geboostet. Ich habe PvP-Inseln geboostet. Und tatsächlich habe ich jetzt gedacht, boah, ich bin ja alleine. Dass ich jemanden PvP-Insel booste, wird wahrscheinlich schwierig, wenn er eine gute Gruppe anmeldet. Ich habe so gemacht, ich habe den Dude, der PvP-Inseln haben wollte, in eine Gruppe geladen, ins Tool rein, habe den besten, den mit dem Item-Level, den ich gefunden habe, eingeladen. Und wir sind da rein. Ich habe keine einzige verloren. Ganz ehrlich, da melden sich Gegner solche Shitter in PvP-Inseln an. Ich habe gedacht, wir verlieren alles. Ich habe einfach die ganze Insel zusammengepullt mit meinem Gear. Alles allein umgerotzt quasi. Oder meistens hat der DD noch draufgehauen. Und das hat halt gereicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich PvP-Inseln boosten kann. Es geht aber easy. Ja, und solche Sachen. Bevor wir jetzt auf die ganzen Berufe und alles eingehen, kann ich euch empfehlen, Freehold zu boosten oder andere Boost-Sachen zu machen. Am Anfang der Woche hätte ich gesagt, ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Bringt einen Haufen Gold die Stunde rein. Mittlerweile, gestern zum Beispiel, den ganzen Abend gepostet, keinen einzigen gefunden. Mehrere Stunden gepostet, keinen einzigen Kunden gefunden. Ihr müsst auch rechnen, das im Handels-Channel stehen zu posten. Das dauert. Das ist alles auch eine Zeitfrage. Deswegen kann ich das nur bedingt empfehlen. Vor allem jetzt auf so vollen Servern wie Antonidas. Es ist halt immer auch schwierig, weil man dementsprechend viel Konkurrenz lagert. Eben habe ich nochmal einen gefunden. Waren jetzt zwei Stunden, wo ich geboostet habe. 200.000 Gold. Heißt nicht, durch Freehold hast du eigentlich mit einem vernünftigen Kunden, hast du eigentlich 100k in der Stunde. Lohnt sich. Die Bloody-Coin-Sachen können sich teilweise auch rentieren. Aber es ist halt immer eine Frage, Kunden zu finden. Deswegen, man sollte sich nicht nur auf diese Boosting-Sachen alleine konzentrieren, sondern so ein bisschen in verschiedene Richtungen gucken. Mit dem Freehold-Boosten habe ich ein eigenes Video die Woche gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mit rein, wie das funktioniert. Das zeige ich da. Und da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen was abgucken. So. Jetzt gehen wir auf eine andere Sache noch ein, was ich diese Woche auch gemacht habe. Neben dem, dass ich halt quasi nicht viele Leute zum Boosten dann gegen Ende der Woche gefunden habe. Übrigens, ich wurde zwischendrin auch, habe ich zwei Chatbuns bekommen. Weil du postest ja immer wieder und dann melden dich halt irgendwann ein paar Leute und dann kriegst du einen Chatbun. Beide Chatbuns wurden von dem GM wieder aufgelöst. Das Problem ist, erster Chatbun habe ich am Abend ein Ticket geschrieben und am nächsten Morgen war ich wieder entbann. Dann konnte ich halt einen Abend nicht posten. Chatbun sind drei Tage im Normalfall. Und im Endeffekt passiert auch nicht viel mehr, dass du drei Tage nicht schreiben kannst. Du kannst zwar einloggen, aber du kannst mit niemandem mehr schreiben. Das ist total nervig. Du schreibst wieder an und du kannst nicht zurückschreiben. Ich habe dem GM gesagt, ich habe nur Warn, Dienstleistung, Handelschat angeboten, wurde wieder entbannt. Das Problem ist, teilweise brauchst du so ein Ticket so bis drei Tage. Den zweiten Chatbun, den ich gekriegt habe, hat der GM halt über zwei Tage gebraucht. Dann hätte ich auch noch die letzten paar Stunden warten können. Also das war halt dann auch schon wurscht. Aber diese Boost anzubieten ist, ich habe da auch eine Mail, da steht es drin, solange es gegen Gold ist, kein Stress. Und du wirst auch wieder entbannt, wenn du ein Chatbun deswegen kriegst. Zumindest war das bei mir so. Genau, was ich dann halt gemacht habe, ist quasi, dass ich hier Parts gefarmt habe. Die Parts kannst du nicht verkaufen, beziehungsweise nur über Umweg. Ist das letzte Mal schon erklärt, dass du dieses Food herstellen kannst. Moment, dieses hier, dieses Festmarkt kannst du herstellen. Das habe ich auch hier drin. Und da brauchst du ja quasi die Parts. Also hier, die Kiste mit Ersatzteilen, brauchst du da unter anderem, ich habe jetzt schon wieder 67 Stück von denen. Das ist aber nicht der Hauptgrund, sondern ich verkaufe diese Sprungfedern, diese Gehärteten. Und zwar in rohen Massen. Und ich habe die am Anfang die Woche für hunderter Stapel teilweise für 8000 Gold verkauft. Und jetzt sind die halt noch 5800 Werte. Also sie sind ein bisschen runtergegangen, weil ich auch den Preis ein bisschen runtergedrückt habe. Deswegen auch sowas ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil man dementsprechend da natürlich, wenn man viel ins Aha reinhaut, Konkurrenzsituationen schafft und dann die Preise ein bisschen runtergehen. Deswegen muss man auf seinem Server immer so ein bisschen gucken. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wo man das verhandelt und wie das genau geht. Das Zeug verkauft sich tatsächlich und das werden wir jetzt auch gleich im Postkasten sehen, was da rumkommt. So, das waren jetzt so die Vorworte, die ich so außerhalb von dem, was ich jetzt im Aha verkauft habe, gemacht habe. Und mit dem Zeug habe ich quasi die 2,1 Millionen bzw. 101,6 Millionen Differenz zum letzten Mal, wo wir das Video gemacht haben. Genau, das habe ich damit verdient. Und sogar noch ein bisschen mehr, weil ich musste ja auch viel in die Berufe investieren. Und da habe ich mir jetzt gerade schlecht vorbereitet. Wo habe ich denn meine Liste? Die machen wir jetzt mal nebenbei kurz auf. Das sind die Videoideen. Das ist die Liste, was ich in welchen Beruf investiert habe. Genau, jetzt machen wir das mal wieder so. Genau, also ich habe in Schneider 30K investiert, VZ 60K, Inschriftenkunde 30K, Alchi 30K, Juve 30K und Injivan 60K. Ja, Schmied und Leder habe ich auf Main, die hatte ich auf Max, da musste ich nichts investieren. Das sind inklusive die Werte, die ich quasi dann auch, ja, noch Items gebastelt habe quasi. Also, ich habe die Berufe hochgezogen plus noch Items gebastelt. Max sind im Moment relativ günstig, weil wir uns gerade in so einer Zeit bewegen, wo jetzt nicht sonderlich viel sonst zu tun ist und viele Leute farmen einfach Mats. Deswegen konnte man die Berufe relativ günstig hochziehen. Gut, soviel dazu, werden wir nachher nochmal drauf eingehen. So, jetzt schauen wir mal in den Postkasten. Also, ihr seht, hier ist lauter Gold drin. Ich habe es jetzt die erste Woche versucht, nur die Items immer rauszunehmen und das Gold drin zu lassen. Und falls ihr das auch machen wollt, aus irgendwelchen Gründen, ihr könnt hier einen Haken rausnehmen. Alle erfolgreichen Auktionen öffnen, das rausnehmen, dann wird das Gold immer drin gelassen und die neuen Sachen kommen irgendwo drauf. Ich habe jetzt hier 357 Mails, die alle wahrscheinlich Gold sein müssten. Außer ich habe es verkackt, keine Ahnung, das werden wir jetzt gleich sehen. Das Zeug machen wir auf und ich habe auf vielen anderen Twings auch noch Postkasten voll. Und hier seht ihr, diese ganzen Sachen, die ich hier verkauft habe, sind die Sachen, die ich in Mechagon gefarmt habe. Und ihr seht, das Zeug verkauft sich, ja. Hier, gehärtete Sprungfedern, 100, 100, 100, 100, hier für 6700 Gold pro verkauft. Und das geht hier seitenweise so weiter, ne. Das sind alles diese Mechagon-Sachen. Mit dem, schau, habe ich nicht nur das verkauft. Also, ihr seht, das ist alles Mechagon-Stuff. Doch, ein Lederteil ist dabei, 3000 irgendwas. Und das sind allein schon 100.000 Gold. Also, wir werden da einiges noch rausziehen. So, warte mal, jetzt habe ich ein Add-on, das das anzeigt. Eingenommen. Wir werden jetzt einmal re-loggen, dass das auf Null ist. Dass wir quasi sehen, wo wir jetzt stehen. Also, wie viel ich quasi am Anfang und am Ende hatte vom Postkasten ausräumen. Und wir wollen uns halt jetzt auch angucken, quasi, was so die Werte sind. Wenn ihr das Ganze auf eurem Server nachmachen wollt, solltet ihr halt gucken, ob diese Sachen immer H sind, wie viel sie wert sind. Und dann auch ein bisschen ausprobieren, ne. Ein paar Sachen farmen und schauen, geht das Zeug weg über ein, zwei Tage. Diese Parts auf Antony, das gehen teilweise innerhalb von ein paar Stunden weg. Was man machen muss, ist immer wieder aus dem Auktionshaus rausnehmen und wieder günstiger einstellen. Wenn ihr es einmal am Tag gemacht oder alle paar Tage, dann werdet ihr wenig verkaufen. Das war das Hintergrund. Also, hier der erste Postkasten voll mit Sachen, können wir grob drüber gucken, sind eigentlich diese Parts aus dem Mechagon-Farm. 117.000, das machen wir jetzt mal alles auf. Und, ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, bei wie viel ich etwa war. Ich war bei 2,1 Millionen und paar zerhackten, weil ich denke mal, da müssen wir trotzdem immer wieder hier resetten, sonst warten wir zu lang und dann geht das Ganze bloß in die Länge. Ich glaube, das ist dann doch nicht so clever hier mit dem Dings. Ja. Also, ihr seht schon, da kam schon relativ gut was rum. Das sind halt dreierlei Sachen, die man da rausziehen kann. Einmal quasi die Sprungfedern, die sind am meisten wert. Dann haben wir hier die Getriebeteile und die Panzerteile. Das sind die drei Sachen, die man da rausbekommt. Zusätzlich kriegt ihr halt noch die Ersatzteile, das farmen halt die meisten Leute. Und die könnt ihr wiederum in quasi die Ersatzteilkiste umwandeln. Und die Kiste könnt ihr zum Beispiel in allen möglichen Items, ihr könnt auch Pets zum Beispiel herstellen bei Pascal, wenn ihr die Pläne habt. Oder, ähm, was ich zum Beispiel hauptsächlich gemacht habe, ist, ähm, hier dieses Food, ne. Aber das ist im Moment, da sind die Preise, äh, als ich das am Anfang hergestellt habe, waren die 3.000 Gold wert. Und jetzt ist es runter auf 1.500. Ich würde trotzdem noch Gewinn machen, aber ich warte jetzt ein bisschen ab, bis ich, bis die Preise wieder hochgehen und ich mehr Gewinn mache. So, zweite Seite und ihr seht, das sind 83.000. Oh, oh shit, ihr seht das gar nicht, oder? Da ist mein Dings davor. Ups, ups, äh, da habe ich mein, mein Fenster gerade davor gehabt. So, jetzt haben wir es ein bisschen rüber geschoben. Das sind jetzt, äh, 83.000. Und auch hier seht ihr, äh, das meiste von denen Sachen sind hier diese Getriebeteile. Die, da kriegst du nicht viel, aber, na, bevor ich sie wegschmeiß, haue ich halt auch nichts. Aha, äh, die Sprungfedern, die sind natürlich wieder relativ viel wert. Und ihr seht, das sind, also, das sind, ich habe ein paar tausend von diesen Sprungfedern verkauft. Die, hier teilweise auch 30er-Stacks. Und das ist einfach jetzt wieder die Parts, die ich in Mechagon gefarmt habe. Ich habe es jetzt quasi die Woche so gemacht. Ähm, ich habe meine, meine Berufs-Jars in, ähm, hier in Baralos geparkt. Habe halt immer meine Makros, dass ich halt die verschiedenen Boost-Anbiete gepostet, nebenbei die ganzen Auktionen, ähm, rausgenommen, neu eingestellt, neue Sachen hergestellt. Und da waren mit Main quasi auf Mechagon diese Teile gefarmt. Und sobald ich einen Kunden hatte, also jemanden, der zum Beispiel einen Freerallboost oder andere Aktivitäten haben wollte. Hier waren auch, habt ihr gerade gesehen, da waren auch jetzt ein paar andere Sachen dabei, wie zum Beispiel Waffen vom Schmied, die ich ja auch verkaufe. Warte, wo war es gerade? Ähm, jetzt habe ich es nur aus dem Augenwinkel gesehen. Da war gerade auch eine Waffe für, für Schmied drin. Ahnung, wo die hin ist. Ja, auf jeden Fall war da ein Leder-Item und eine Waffe für fast 10.000 Gold drin. Und diese, also mit dem crafte ich halt Leder- und Schmiede-Items. Und teilweise haben die einen Wert zum Anschaffen. Warte, wir können mal kurz reingucken. Ähm, hier vor allem bei den Waffen ist es ganz gut. Ich habe hier Trades gemacht, das ist ein Add-on, wo ich mir hier, ähm, anschauen kann, wie hoch die, ähm, wie hoch der Gewinn ist. Also, das ist der reine Gewinn. Zum Beispiel, wir können jetzt mal hier reinschauen. Das ist ein Schild, das ich mir herstellen kann. Ähm, das hat einen Herstellkosten hier unten, wenn ich mir alles im Haar kaufe, von, ähm, 430 Gold. Und der Gewinn, wenn ich es verkaufe, sind 6.300 Gold. Heißt, ähm, das ist eine ziemlich gute Gewinnspannung. Und so ist das bei vielen von diesen Items. Und vor allem die Waffen, die gehen sehr gut weg. Hier seht ihr, ähm, hier die Waffe kostet mich knappe 1.000 Gold. Gewinnen sind 7.000 Gold, ne? Und das ist eigentlich fast bei diesen ganzen Waffen der Fall. Und ich müsste jetzt eigentlich mal wieder neue craften, weil ich habe fast alle verkauft, ne? Ich habe teilweise von denen über 10 von jedem hergestellt. Und bei manchen habe ich jetzt nur eine einzig. Hier habe ich noch zwei zum Beispiel. Also ich habe sehr viel von dem auch los, äh, bin ich an den Mann, äh, habe ich an den Mann gebracht quasi. Wir können jetzt mal hier nochmal genauer gucken. Zum Beispiel hier, ähm, da ist so ein Kämpferteil. Ihr habt eben gesehen, das kostet mich keine 1.000 Gold, das herzustellen. 9.500 verkauft. Hier Platten-Ding. 400 Gold waren das herstellen, 7.000 verkauft, ne? Ähm, und da sind halt noch viele solche. Das andere sind hier wieder die ganze Zeit die Sprungfedern. Und, äh, das habe ich verkackt. Hier habe ich versehen nicht meine Folianten verkauft, die ich eigentlich für ein Raid brauche. Das ist nicht so gut. Die sollte man eigentlich nicht verkaufen. Das sind wieder viele Sprungfedern. Ihr seht, ich habe ziemlich viel Mechagon-Zeug. Und da seht ihr, das sind allein schon wieder über 1.000, was ich da vertickt habe. Das sind wieder hier 1.500, äh, äh, 150.000 Gold, ne? Das hier alleine schon wieder drin ist. Nur, also das meiste sind wirklich die Sprungfedern und teilweise auch die, diese Gear-Items, die ich hergestellt habe. Und da machst du halt echt gut Gewinn. Schau mal, jetzt sind wir dann gleich bei 2,5 Millionen. Also die 2 Millionen, ähm, die Woche haben wir gleich geknackt. Und das ist, denke ich mal, für so ein, für so ein Wochenergebnis schon mal ganz gut. Gut, wenn das so weitergeht, dann kann ich mir bald, oh, jetzt hat das hier neu geladen. Jetzt tut das schon die neuen Sachen raus. Aber hier sind zum Beispiel, ähm, auch wieder so ein Dings-Item dabei. Zorn des Kämpfers. Das ist auch wieder eine Klinge, die ich, äh, verkauft habe. Ah, schau mal, da ist, da fangen die neuen Items an. Jetzt können wir mal gucken. Trinkt der Ausdauer. Okay, das ist irgendwas, was ich wahrscheinlich so gelootet habe. Wiepernfisch, das sind auch so Sachen, die ich so verkauft habe. Ich habe mein, ähm, das noch nicht ganz gut eingestellt, muss ich sagen. Eigentlich müsste ich aus TSM diese ganzen, zum Beispiel hier diese, ähm, die ganzen Matz-Sachen rausnehmen, dass es die nicht auch mitverkauft, ne. Ich habe zum Beispiel aus Freehold Boost auch sehr viele, ähm, grüne, ähm, Transmog-Items, die ich wiederum mit einem anderen Schar verkaufe. Die können wir dann halt auch angucken. Ah, und schau mal, hier wurde ein Item, na doch, das wurde schon verkauft. Hier habe ich eine, oh, da habe ich einen Brief von einem erhalten. Oh, irgendjemand von euch hat mir geschrieben und, ähm, das ist untergegangen, ne. Das müssen wir mal hart angucken, das ist wahrscheinlich irgendeine Frage. Das ist aber untergegangen, weil ich halt meine Post jetzt eine Woche lang, ähm, immer offen gelassen habe. So, nächste Seite, jetzt schauen wir mal. Wieder ein Haufen Getriebeteile, schon wieder 110.000 Gold, Getriebeteile, äh, kennen wir schon alles, Getriebesachen. Hier, da haben wir ein Leder-Item für 12.000 Gold. Ich weiß nicht, die Leute, das sind, das ist 370, das ist ein 370er Loot, Leute, ne. Das ist nicht irgendwas krasses. Das ist, ich frage mich, wer 370er Loot kauft. Du kriegst über World Quest und über Bantic bessere Sachen, aber die Leute, die kaufen es tatsächlich. Und selbst diese Leder, äh, Handgelenke, die ich für 900 Gold verkauft habe, wie, wie gesagt, 4, 500 Gold sind die Herstellkosten. Selbst damit habe ich Gewinn gemacht, zwar nicht viel, aber, ja, es ist Gewinn. Und ihr seht, ähm, die Masse sind ganz klar diese Getriebesachen, aber es ist immer mal wieder auch sowas dabei. Wenn ihr jetzt überlegt, wie diese Lederarmschienen oder Gamaschen, was es jetzt hier ist, das sind irgendwas zwischen 500 und 1000 Gold Herstellungskosten und 12.000 habe ich sie verkauft, ne. Und da muss ich aber wieder darum, äh, dazu sagen, äh, so ein Zeug muss man immer mal wieder, äh, quasi aus dem Macher rausnehmen, wieder neu reinstellen, dass man sie halt verkauft, ne. Hier, hier geht's weiter, eine Stangenwaffe für 9.000 verkauft, äh, ein Schild für 6.000, 13.000, wieder Leder-Gamaschen. Okay, diese Gamaschen, die gehen richtig gut raus. Hier, was haben wir, ein Säbel, das ist auch wieder was von Schmied. Nochmal ein Säbel, auch wieder was von Schmied. Hier, ähm, irgendwas des Kämpfers, keine Ahnung, ist das auch wieder so ein Item, was ich hergestellt hab. Genau, also, da sieht man, da gehen jetzt, ähm, schon mehr von den Sachen raus. Und vor allem, man sollte da relativ viele auch, ähm, herstellen, weil diese Item random Stats drauf haben. Heißt, ähm, ihr habt da mal Tempo Mastery, Tempo Crit und so drauf. Und es gibt halt Leute, die kaufen sich dann immer, aha, ihre Stats zusammen. Und, äh, wenn ihr jetzt nur 2, 3 von diesen Dingern herstellt, dann habt ihr vielleicht einmal Tempo Crit, Tempo Mastery, Crit Versa oder so. Und dann sucht aber einer Versa Tempo und das habt ihr nicht im Aha, dann kauft ihr es halt bei einem anderen. Deswegen solltet ihr da eigentlich mehr herstellen. Nein, ich hab jetzt, ähm, die Woche nicht nochmal extra neue Items hergestellt. Deswegen hab ich relativ wenige im Aha. Wahrscheinlich hätte ich mehr verkaufen können. Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt heute oder morgen nochmal, oder nachdem ich jetzt das Video aufgenommen hab, werde ich halt mal alle Items nochmal herstellen, nochmal sehr viel investieren. Und dann über die Woche nochmal mehr verkaufen zu können. Aber das Herstellen, das mach ich dann nach der Aufnahme, weil das würde hier den Rahmen eh sprengen. Okay, so, hier haben wir jetzt noch, äh, mehr anderen Stuff. Hier seht ihr Lederstulpen, da hab ich noch relativ viel so Zeug verkauft. Und hier ist auch teilweise so Kleinkrims dabei, ne, wie, ähm, irgendwelche Knochen, die ich jetzt von Sachen klein machen hab. Ich krieg jetzt aus Freehold zum Beispiel auch immer, ähm, so blaue Items. Die hau ich dann in den Schredder da hinten rein und dann gibt's auch so ein Zeug. Und das hab ich teilweise hier auch, äh, dann an den Mann gebracht. So, einmal haben wir noch eine Mail. Weil wir haben jetzt aus dem Postkasten bis jetzt 683.000 Gold gezogen. Also ihr seht, in der Post war nicht wenig Gold drin. Und wir sind jetzt insgesamt hier bei dem Char schon bei 2,8 Millionen. Also die 2 Millionen haben wir alleine hier schon relativ locker geknackt, ja. Ich hab aber dann auch noch ein paar andere Chars, deswegen mit anderen Berufen, wo wir dann auch noch reingucken können. Nice, hier hab ich meine eigenen Halttränke verkauft, ja. Also, die wollte ich eigentlich nicht verticken, aber wenn man bei TSM das durchlaufen lässt und das nicht gescheit einstellt, dann passiert sowas. Sollte eigentlich nicht, aber ich hab zum Glück noch Halttränke für den Rate rumflaggen. Genau, das war jetzt mein Postkasten quasi. Jetzt schauen wir mal nochmal, 683.000 waren da jetzt alleine drin. Gut, das war jetzt der erste Char und da sieht's schon ordentlich aus. Und jetzt würde ich sagen, ähm, gehen wir über zum nächsten. Und zwar, ähm, switchen wir hier mal rüber. Das hier ist quasi mein Zweitschar, mit dem ich, ja, alles mögliche Transmog und solche Sachen verkaufe. Können wir hier reinschauen. Der hat hier, seht ihr, einen Haufen Green Transmog Items drin. Pets habe ich mit dem einen Haufen drin. Und das ist quasi mein Char, wo ich allen möglichen Mist verkaufe. Der hat jetzt im Auktionshaus, wenn wir mal lang scrollen, 660 Items, ähm, haben wir mit dem im Auktionshaus. Und ihr seht, ein paar Sachen wurde verkauft. Hier irgendein Pad und er hat auch teilweise ein paar Getriebeteile noch rumflacken. Aber, äh, hier auch irgendwelche, so, Nachbildungstransmog Sachen, alle möglichen Pets. Und, ja, das Zeug, was ich halt zukriege, was ich nicht mache, ist Transmog an sich farmen. Sondern, wenn ich Sachen kriege, wo ich, wo ich sehe, okay, die sind ein bisschen das wert, dann, ähm, schicke ich es auf dem Char und Hause immer wieder ins Aha. Ihr seht, das sind so Sachen. Da steht mein Addon, also TSM, sagt mir, dass die jetzt hier, das sagt, dass 70.000 Gold wird. Das wird sich nie verkaufen, ja. Aber ab und an verkauft sich ein Teil und dann machst du halt groß Kohle, ne. Und auch der Char hat viele Auktionen drin. Der hat 275 Mails im Postkasten quasi. Heißt doch einiges. What the fuck, warte mal. 265.000, was hab ich denn da verkauft, Moment. What the fuck? Alter, ich sag grad eben, so, so eine Scheiße wird sich nicht verkaufen. Da hat jemand irgendwelche Handschuhe, Moment, das ist, was? Für 265, was sind das für Handschuhe? Ah, das sind bestimmt die, die ich im Raid gekriegt hab. Das ist kein normales Transmog, erzähl mir doch nix. Das hat doch keiner für 250, für 285.000 verkauft. What the fuck? Das sind doch diese Epic-Teile, oder? Die ich gekriegt hab. Ah, ich... Ja, ja, ja. Das ist kein normales Transmog, Leute. Das ist kein so ein Green, was ich jetzt verkauft hab. Ich hab letztens mit einem Twink, war ich im HC-Raid, weil ich den ein bisschen gieren wollte für diese Chainer Mythic Runs, ne? Und da hab ich Handschuhe gekriegt, das waren 440er oder so, die sind ein bisschen hochgerollt. Und die hab ich jetzt verkauft für... What the fuck? Hat wirklich einer gekauft für 285.000? Nicht schlecht. Aber der... Das ist der Großteil hier, an Verkäufen, seht ihr, das ist halt irgendwelche so Matts, ne? Die ich auf den schick, die ich halt loswerden will. Irgendwelche Belge. Das ist halt viel Käse. Oder irgendwelche Pets. Äh, Space, ich grüße dich. So, die holen wir jetzt mal alle raus. Also, das ist ziemlich viel Krimskrams, aber, wie gesagt, auch das hier. Und das ist halt quasi so mein Schar. Alles, was ich mit dem Main irgendwo loswerden will, schick ich auf den und da macht's die Masse. Es gibt ab und an, wird dann halt ein Transmog für 5.000, für 8.000 Gold verkauft. Aber, wie gesagt, ich empfehle keinem von euch, Transmog an sich zu farmen. Das macht keinen Sinn. Aber wenn Sachen, die ihr eh macht und seht, die könnten was wert sein. Also, das sind jetzt Sachen, die gerade nicht so viel wert sind, ne? Die ihr nicht ins Auktionshaus haut. Aber wenn ihr da so drüber fahrt und seht, okay, mhm, das Ding ist 2.000, 3.000, 4.000 Gold wert. Aufsparen, auf irgendeinen Schar schicken und das dann immer wieder ins Auktionshaus reinhauen. Und empfehlen kann ich euch dafür, dass ihr das seht, was die Sachen wert sind. TradeSkillMaster, das Add-on. Und, ähm, dann gibt es noch eine App. Das ist diese hier, die TradeSkillMaster App. Und da müsst ihr halt einstellen, auf welchem Server ihr die, ähm, AHA-Daten sehen wollt. Und dann tut das immer wieder alle paar Minuten die AHA-Daten abgleichen. Und ihr seht halt hier die Werte. Und das ist halt echt praktisch. Weil es passiert halt oft, dass man irgendwelche Greens findet, die total viel Gold wert wären. Aber man haut sie halt zum Händler, weil man es nicht weiß. Und darüber, ähm, quasi erspart man sich das. Okay, jetzt schauen wir mal hier. Mit dem habe ich auch ein paar Sprungfedern verkauft. Irgendwelche Welbling. Seht ihr, 20-Golden Welbling, ne? Oder irgendeinen Amboss für 6k, den ich eigentlich sonst weggehauen hätte. Aber nichts wegschmeißen, alles auf irgendeinen Gammelschar schicken. Und ihr seht, das ist halt ziemlich viel, ziemlich viel so Loadzeug. Hier Barnaby, das ist irgendein Pets, äh, irgendein Filet für 16 Silber. Mit dem haue ich einfach alles ins AHA rein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und, ähm, auch über sowas macht man quasi sein Gold, ne? Klar, das, der große Teil von dem Gold war jetzt ganz klar dieses, dieses Epic-Teil. Das war kein Transmog, das war halt wirklich aus dem Raid. Das habe ich zufällig rausgekriegt. Habe ich auch auf den Schal geschickt. Ähm, mit meinem, mit meinem Main will ich tatsächlich nur, ähm, will ich nur die, ähm, Schmiede-Items verkaufen. Und dann noch die, jetzt tue ich mal bloß hier, äh, Moment, den Vollbolt-Modus mal, sonst ist das ein bisschen nervig mit oben und unten den abgeschnittenen Sand. Und dann verkaufe ich noch diese Teile aus Mechagon mit dem Main, ähm, ähm, weil ich die alle, ja, halbe Stunde teilweise, äh, rausnehme und wieder neu reinschmeiße, weil es da relativ viel Konkurrenz ist. Und wenn man das nicht macht, würde man jetzt vielleicht nicht so ganz viel verkaufen. Genau, von TSM, da wird dir viel angezeigt. Da wird dir auch angezeigt, hier zum Beispiel, ähm, es wird dir der Mindest-Sofort-Kauf-Preis angezeigt, der Marktwert, der regionale Marktwert, das sind alle EU-Server, der regional Durchschnittsverkaufspreis und solche Sachen. Und was halt auch wichtig ist, ähm, es wird dir auch angezeigt, wie viel regional täglich verkauft werden. Wenn das 0,000 irgendwas ist, dann werden da so wenig verkauft, dass es sich eigentlich fast nicht lohnt. Hier werden 380 zum Beispiel verkauft. Hier 402 zum Beispiel. Also, äh, das sind Sachen, oder hier, da werden 16.000 von dem, von dem Zeug verkauft. Wenn wir jetzt auf irgendeinen Transmog gehen, ähm, Moment, warum steht da nichts dran? Naja, irgendwie steht da, ah, hier zum Beispiel bei dem, da werden 0,05 am Tag verkauft. Also, das wird alle, nur alle Woche, paar Wochen wird quasi eins von diesen Items verkauft. Da sollte man auch immer so ein bisschen ein Auge drauf haben. So, dann gucken wir rein, was wir hier so alles haben. Filet, ein paar Dingsteile, kichern die Flamme, das ist wahrscheinlich irgend so ein Pad. Das sind auch hier, seht ihr, lauter Low-Pads, was ich hier verkauft habe, die ich halt rumflacken habe von Inseln teilweise noch, noch mehr Getriebesachen, also nichts Interessantes. Aber es sind halt auch 12.000 Gold, ne? Ähm, das sind so Sachen, da machst du halt auch, im kleinen Vieh macht halt auch Mist, ne? Ganz klar. Da kommt halt auch was zusammen. Keine Angst, das ist jetzt quasi mein Mist-Schar. Wir schauen uns in Hartschau noch die ganzen anderen Berufe an und gucken da noch ein bisschen, ähm, ähm, ja, da noch ein bisschen näher rein. Aber wir gehen jetzt quasi einen Schar nach dem anderen durch. Ja, ja, der faulige Ghoul sehe ich gerade, der ist tatsächlich ein bisschen was wert. Das sind schon die neuen Sachen. Ja. Ein bisschen was. Oh, 300 kamen wir jetzt auch schon hier. Mach die Post auf, habe ich gesagt. Da sind, also, das Filetzeug, ne, das kriege ich halt aus, ähm, aus den Runs, äh, hier Freehold raus. Da kriegst du ein paar hundert Stück. Also, das wird da einfach nur reingedumpt. Genau. Normalerweise müsste ich das halt stackweise einstellen, aber da ich in TSM einfach nur alles reinstelle und durchklicke, werden halt die Sachen einzeln eingestellt. Was, was ihr nicht machen solltet, weil ihr dann einen Haufen Auktionshausgebühr zahlen müsst, ähm, da hat Bessert ja was umgestellt mal mit BFA. Also, das solltet ihr nicht nachmachen. Das liegt nur an meiner schlechten Einstellung, aber, äh, das geht in dem ganzen großen Masse um, äh, unter, dass das egal ist. Seht ihr, also, das ist halt auch ziemlich viel einzeln eingestellt. Also, das sollte man nicht machen. Hier habe ich ein feueres Flemmling. Pet verkauft. Da haben wir irgendwelches Transmog-Stiefel verkauft. Alarmobot, Flussbestienkalb. Also, das sind auch viele Pets. Ah, schau mal. Schulterpolster des Nebelpürschers. Das ist irgendein Transmog. Das ist, glaube ich, Inseltransmog. Da habe ich drei Transmog-Teile verkauft, die was wert sind, ne? Einmal 14.000, 36.000, 54.000. Da hat sich anscheinend einer Nebelpürscher-Set zusammenkaufen wollen. Und das sind auch wieder über 100.000 Gold. Also, sowas lohnt sich. Manche Insel-Items rentieren sich tatsächlich. Und die sehen, manche sehen da auch relativ cool aus. Und dann gibt es immer mal wieder Leute, die die kaufen. Aber so der Scroll an Transmog-Items kann man, wie gesagt, tatsächlich ziemlich vergessen. Leider. So, ich glaube, jetzt werden wir einmal, obwohl das ist jetzt gleich auch schon resettet, brauchen wir dann gar nicht mehr machen. Ein, naja, zwei Mail-Dinger haben wir. Aber jetzt haben wir auch schon wieder fast eine halbe Million auf den Schar. Was kommt hier noch rein? Okay, das ist ziemlich viel Crap. Wutflotten haben wir eine Axt verkauft für 4.000. Das ist irgendein Transmog-Teil. Das ist auch ein Transmog-Teil für 700. Also, nichts beeindruckend. Das hier sind alles Einzelposts. Also, wie gesagt, mit dem habe ich wahrscheinlich sogar Minus gemacht. Weil das kostet irrsinnig viel, Einzelteile einstellen. Das solltet ihr nicht machen. Die Dudu-Schultern sind 200k wert. Meinst du, ich habe hier was zu günstig verkauft? Ach, du, ich habe so viel von diesem Insel-Crap-Zeug. Hauptsache weg mit dem Scheiß. Und auf Antonidas sind die Preise auch immer so ein bisschen tricky, weil sehr viele Leute so ein Zeug haben. Also, ich bin froh, wenn es weg ist. Ihr habt ja gesehen, ich habe 600. Ich habe 600 Auktionen hier mit dem drin. 657. Und das meiste sind Pets und Transmog. Also, das ist jetzt hier ziemlich viel Mist. Also, da bin ich nur froh, wenn ich das Zeug loswerde. So, einmal 8 Items haben wir noch. Und dann können wir dann auf die anderen Chars weiterloggen. Und da ist, ich verspreche, nicht mehr so viel Mist. Okay, das ist Seidenstoff. Keine Ahnung, wo ich den Seidenstoff her habe. So, okay. Also, mit dem haben wir jetzt 457.000. Jetzt schauen wir mal. Loggen wir mal bei dem. Das ist mein Schneider-Char und mein VZ-Char ein. Zusammen mit dem sind wir schon bei gut über 300.000. Jetzt insgesamt und die Woche. Ich denke mal, äh, 300.000, 3 Millionen. Ich denke mal, wenn ich jetzt mit allen Chars alles ausleere, dann kann ich schon auf knappe 3 Millionen in der Woche kommen. Ähm, also, jetzt hier nach den 600k vom Main bin ich, bin ich guter Dinge. Äh, genau. Ich bin das mit am Aufnehmen deswegen. Aber ich mache das live im Stream hier. Dass ihr das quasi mitschauen könnt. So. Ähm. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier gerade noch am einloggen. Dann kann ich immer nicht auf dem anderen switchen. Dann, so, da haben wir ihn. Eingeloggt sind wir. Das hier ist mein, äh, der hat jetzt noch 40k, weil ich hier mit dem Gold entgegengenommen habe vom, ähm, vom Bloody Coins boosten, genau. Und mit dem verkaufe ich, wie gesagt, äh, Schneider-Items und, ähm, VZ-Items. Und da können wir auch mal reingucken, so wie ich es vorhin beim Schmied gemacht habe. Was sich hier natürlich auch lohnt, sind die, äh, 370er-Items, die ihr Nassertal über diese, ähm, ähm, Upgrade-Münzen holen könnt. Und hier seht ihr, da ist die Preisspanne so ein wesentlich geringer. Wenn ich jetzt hier bei dem Rücken gucke, ne, der kostet mich zum Herstellen 336 Gold. Und, ähm, ja, insgesamt bringt er mir halt 600 Gold Gewinn. Also da sind die Spannen jetzt nicht so hoch, aber es ist auch eine Gewinnspanne da und das Zeug verkauft sich tatsächlich ähnlich gut wie, ähm, die anderen Items. Zusätzlich könnte man bei dem jetzt noch ein bisschen was anderes herstellen. Also diese alten Items, da sind die Preise, sehen zwar gut aus, aber es sind 340er-Items, die lohnen sich nicht. Und dann könnte man theoretisch noch, ähm, so Items herstellen. Hier diese sonstigen Items, wo man irgendwie, ähm, seinen Mount mit ausrüsten können. Aber da habe ich jetzt auch nicht so viel hergestellt, weiß ich es auch nicht so rund. Und Taschen tatsächlich rentieren sich auch nicht sonderlich. Also hier haben wir diese, ähm, Reittier-Ausrüstung, da habe ich auch noch ein paar gebastelt, ja. Aber sonst, die Taschen, da bin ich, da habe ich Abstand, äh, genommen von, weil die, also das sind hier, diese Beutel, ne, die lohnen sich tatsächlich nicht so. Da hast du jetzt hier, äh, quasi ein Gewinn von 28 Gold. Lass es ein bisschen hoch und runter gehen, dann bist du im Minus. Also Taschen lohnen sich tatsächlich nicht. Und Bau VZ. Äh, das ist das andere, was ich hier habe. Das habe ich auch hoch gemacht. Das hat mir relativ viel gekostet. Wir können jetzt nochmal reingucken. In mein, ähm, meine Liste. Stoff hat mich 30.000, ähm, gekostet plus herstellen. Und VZ waren 60.000. Und VZ war tatsächlich, das ist ein Minusgeschäft, zumindest hier auf Antonidas. Wenn wir hier reingucken, da ist fast alles auf, ähm, rot, also dass man Verlust macht mit jedem hergestellten Item, weil die Kosten von den VZs relativ gering sind, aber die Matts relativ viel kosten. Also, das ist ein reines Minusgeschäft, zumindest hier auf Antonidas. Kann natürlich bei euch auf dem Server anders aussehen. Das einzige, was ich hier herstelle, sind diese Zauberstäbe tatsächlich. Und da ist jetzt, ähm, hier zwar der Preis mit dem Gewinn relativ niedrig angesetzt, aber die variieren sehr. Und zwar je nachdem, was du für Stats drauf hast. Ihr seht, ähm, hier wird angezeigt, ich, es kostet mich 300 irgendwas Gold und Gewinn ist quasi 200 irgendwas, also ein Verkauf von 600 Gold im Durchschnitt. Die Geschichte ist aber, je nach Stats sind die Items anders wert. Zum Beispiel hier Tempo Versa bringt mir 6000 Gold, dieser Ding. Ne, das ist auch nochmal ein Tempo Versa. Dann sind halt manche, die sind halt gut was wert und manche sind weniger gut was wert. Deswegen muss man da auch immer ein bisschen drauf gucken. Heißt, mit VZ stelle ich halt hauptsächlich diese Zauberstäbe her. Ja, mehr mache ich damit eigentlich nicht. Alles andere lohnt sich tatsächlich bei mir auf dem Server nicht. Was sich aber noch lohnt, was ich letzte Woche noch gemacht habe, ist mir diese Zauberroute gemacht. Das kann man, wenn man 150er Skill hat, quasi einmal herstellen. Und dann ist es so, dass, wenn man Sachen entzaubert, dass man mehr Mats rauskriegt. Und ich stelle mit dem hier, um Expulsum zu kriegen, kriegen zu können, stelle ich mit dem ein Item her. Und zwar, wo haben wir es? Das hier müsste es sein. Die Handgelenke. Die kosten mich halt 10 von dem Stoff, was halt nichts ist. Also, was werden mich kosten? 22 Gold kostet mich ein Handgelenk herzustellen. Und die stelle ich halt in tausender Maßstäben her, schicke die auf die ganzen Chars, haue die dann in den Scrabber rein und kriege dann hier das Expulsum raus. Das ist der günstigste Weg, das Expulsum zu kriegen. Und dementsprechend staffiere ich meine ganzen Chars damit aus. Weil die ganzen Items kosten alle Expulsum zum Herstellen. Und die Dinger blocken manchmal blau und dann entzauber ich die Teile. Und durch das Entzaubern bekomme ich halt dann, wenn ich das Item habe, teilweise drei Splitter raus. Und damit mache ich halt auch schon mal Plus. Also, sprich, das kostet mich hier 22 Gold herzustellen. Ich bekomme 24 Gold, das eine Splitter wert. Teilweise bekomme ich 2, 3 raus. Dann verdoppel oder verdreifache ich quasi den Gewinn da ruhig schon mal. Beziehungsweise, man kriegt auch teilweise epische Splitter raus und die verkaufe ich dann auch wiederum. Also, ich verkaufe nicht die VZs, sondern tatsächlich die Splitter. Und ich habe jetzt hier, seht ihr, ich habe ein paar Stacks auf der Bank und ich habe auch einiges, denke ich mal, verkauft. Und ja, das ist das, was ich mit VZ und Schneider mache. Da können wir jetzt auch mal reingucken, was ich hier so drin liegen habe. Und zum Leveln habe ich auch ein paar VZs hergestellt. Die habe ich jetzt teilweise auch verkauft. Und auch hier habe ich blöderweise den Fehler gemacht, dass ich die Matz nicht geblacklistet habe und habe teilweise Matz verkauft. Deswegen seht ihr, hier sind 300 irgendwas Mails drin, aber das ist oft halt auch blöderweise Stoff und einzelne Verzaubermatz und das ist das, was man nicht will. Das muss ich jetzt mal noch ändern. Genau, damit kann man quasi Expulsum drücken. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend an der Stelle. Genau, also das ist so die Möglichkeit, um an das Expulsum gut herzukommen. Und hier werden wir es jetzt aber so machen, dass wir dann, warte mal, wo war das irgendwo Konstell? Ah ja, das war das Reloggen. Jetzt werden wir hier jedes Mal Reloggen, weil wir werden jetzt nicht warten, bis das Ganze durchläuft. Das muss ich, das ist eine Geschichte, die ich bis zum nächsten Mal verbessern will, dass ich irgendwie rausfinde, wie ich diese Items-Blackliste, dass ich die Sachen nicht mit reinstelle, weil sonst, das müllt mir bloß den Postkasten voll, wenn es halt irgendwie 20 Mal einen einzelnen Stoff reinstellt. Oder ich muss das halt mal umstellen, das ist das Stackweise. Obwohl, eigentlich will ich es mit dem Chars gar nicht verkaufen, weil mit dem brauche ich halt die Stoffe. Die brauche ich ja, um meine Sachen herstellen zu können. Also da ist es tatsächlich ein bisschen dämlich. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt hier nicht ganz so viel Gewinn drin sein. So, da haben wir 6.000 Gold. Okay, da haben wir jetzt ein VZ-Item, genau, ein VZ-Item haben wir hier drin. Dann haben wir hier einmal so ein Kämpfer-Teil hergestellt. Das ist von Schneider, das ist auch so ein Schneider-Item. Das haben wir hier. Das sind die ganzen Schneider-Kämpfer-Sachen. Ihr seht, die sind tatsächlich, zumindest hier auf Antonidas, bei weitem nicht so viel Wert wie die Leder- und Schmiede-Items. Also Leder- und Schmiede-Items liegen zwischen 5.000 und 10.000 Gold und die hier liegen zwischen, weiß ich nicht, 700 und 2.000, 3.000 Gold. Und das ist, ja, aber du machst auch Gewinn mit. Das sind dann halt keine 7.000 Gold Gewinn, sondern halt nur 1.000 bis, keine Ahnung, 2.000 Gewinn, was du damit rausziehst. Aber Kleinvieh macht auch Mist und da werden wir auch was zusammenkriegen. 40k hatte ich jetzt vorher noch. Ich denke mal, auf 100 kommen wir vielleicht hoffentlich. Schauen wir mal. Aber ich kann euch die Kombi nur empfehlen, wenn ihr mit vielen Shars hier Items herstellen wollt mit Expulsum, dann braucht ihr einfach einen Schneider am besten. Und wenn der Schneider gleichzeitig VZ hat, ist das halt eine gute Sache, weil dann könnt ihr halt die blauen Items dissen und macht damit auch nochmal Gewinn. Weil die blauen Items zu Scrabben bringt euch nicht mehr Expulsum. Also ein grünes Item bringt das gleich wie ein blaues Item vom Expulsumwert her oder von der Häufigkeit und dementsprechend ja, hat das keinen Mehrwert. Und hier seht ihr, da haben wir auch wieder einfach so Kämpferteile verkauft, Ummaß, Navigationsdinger, die habe ich zum Skillen genommen und ja, das ist halt jetzt ein Haufen von der Seite, die ich fälschlicherweise auch in Zahar gehaut habe. Gut, die müssen wir jetzt einfach loswerden. Das war jetzt nur 3000 Gold, also das ist tatsächlich alles nicht der Rede wert. Interessanter wird es dann wahrscheinlich beim nächsten Charm, mit dem ich dann, was habe ich mit dem anderen, also ich habe noch einen Charm mit Inschriftenkunde, da ist es tatsächlich relativ interessant, der hat ziemlich viel Gold gemacht durch verschiedenste Sachen, die ich da hergestellt habe, unter anderem Trinkets, was du herstellen kannst und dann habe ich noch Alchi, was auf hier, auf den weniger, weniger viel Gold bringt leider und dann habe ich nochmal einen mit Inji Schmieden, mit Inji Juve. Ja gut, was ist hier? Das ist auch Navigationsdinger, Ohmaß, hier habe ich so einen Gürtel verkauft, auch nur für 900 Gold, also ihr seht schon, das große Gold geht hier nicht, vor allem auch wieder einen Haufen Splitter einzeln verkauft, ja, ich weiß, das muss ich ausstellen, das war jetzt nicht das Wahre. Wir haben noch 118 Mails, oh weia, da kommt über eine Woche schon ein Haufen Zeug zusammen. Überrascht war ich jetzt tatsächlich bei meinem Transmog-Char, dass da wirklich so ein Haufen Zeug drin war, also, so, komm, hier wieder neu einloggen, was sich tatsächlich am besten verkauft, sind die Hosen, ich weiß auch nicht warum, aber Hosen wollen die meisten Leute haben und die schätze einfach, das Hosen nicht so viele andere Leute herstellen oder vor allem nicht zum Skillen, weil das die teuersten Items sowohl bei Schmied, Inji, äh, bei Schmied, ähm, dann Lederer und Schneider sind, weil die am meisten Mats brauchen und dementsprechend bauen die wahrscheinlich nicht so viele Leute zum Skillen, deswegen hast du da weniger Konkurrenzen, die verkaufen sich mehr, das ist so meine Erklärung, weil sonst, äh, sind Hosen ja nicht viel besser als alles andere. Ah, hier wird es jetzt das erste Mal interessant, hier wird nochmal so ein Gürtel verkauft, aber hier seht ihr, hier habe ich zum Beispiel trübe Kristalle verkauft und diese 100 habe ich aus meinem Shuffle rausbekommen, ähm, weil ich diese Route habe, ich habe kein einziges episches Item, äh, quasi gedisst, nur diese blauen Low Items und das hat mir 100 Kristalle gebracht und hier habe ich auch nochmal die blauen Splitter sind nochmal 100er Stack und auch einen Haufen Staub und das habe ich halt auch alles ins AHA gehauen und so kriegst du halt, ähm, dadurch, durch VZ auch Gold rein und das lohnt sich tatsächlich, ne, also die VZs, wie ihr vorhin gesehen habt, lohnt sich nicht, aber diese Passiv Splitter, die du bekommst, da kommt natürlich dann das Gold rein und ja, jetzt wieder, jetzt gehen wir langsam auch hier auf die 100.000 Gold zu, ist zwar bei weitem nicht so viel, was ich jetzt zum Beispiel bei Schmied gemacht habe, aber, ja, trotzdem, auch ein bisschen was, so, jetzt haben wir nochmal zwei Postladungen, 100 Dinger haben wir noch, schauen wir mal, ob da noch irgendwas Tolles drin ist, ob wir irgendwas Großes noch verkauft haben, ich, ich befürchte nicht, ja, aber schauen wir mal, ach ja, was mir gerade noch einfällt, was ich auch noch verkauft habe, die Woche auf einem anderen Server, den ich jetzt gar nicht unbedingt so hier mit einbeziehe, aber vielleicht auch nochmal so ein kleiner Wink an, an der Seite, ich habe ein Pad verkauft für 350.000 Gold auf Lothar und zwar das Flappy Pad und auch dazu hatte ich schon ein Video gemacht und das kann man sich ja seit, ich glaube, zwei Wochen ist es, kann man sich ja bei diesen Events im Sturmsangtal farmen und, ja, auf einem Lärmserver wie Lothar war keine Konkurrenz und da habe ich das an den Mann gebracht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir zweimal, also wir haben ewig viele Navigationsdinger, wie gesagt, die ich zum Skillen benutze, dann mehr Splitter, ihr seht, hier sind nochmal 400 von den Splittern, die ich aus diesem Shuffle rausgezogen habe, mehr Navigationszeug und teilweise auch andere Sachen, die ich zum Skillen benutze habe, Waffe, Sturm der Elemente, das ist jetzt alles nicht so nicht beeindruckend, hier noch ein paar Stoff-Items, die ich hergestellt habe und viel Mist, viel, viel Mist. Ja, also ich würde euch, wenn das bei euch auf dem Server ähnlich aussieht, empfehlen, quasi VZ nur bis 150 zu skillen, dann die Quest mit dem Dings zu machen und VZ sonst liegen zu lassen, außer natürlich ist es bei euch anders und die VZ-Rollen sind quasi Mehrwert, aber ja, Antonidas ist halt nicht so geil, weil das Ding rentiert sich. Da müsst ihr zwar ein paar Quests machen, also du musst danach Trost wahr und du musst auch mal in die Instanz rein, aber du kannst das theoretisch alles auch im Low-Bereich machen, also du kannst das auch im Normal in die Instanz reingehen, selbst wenn da ein Char übelst scheiße equipped ist und das ist hier mein Char, der hat kein gutes Gear, das sind reine Chars, wo ich Sachen herstelle, kann man das alles machen, das ist kein Stress, ja, also der muss nicht gut equipped sein, um quasi diese Quest einmal durchführen zu können. Ist natürlich ein Vorteil, weil man schnell da durch ist, aber das ist halt kein Muss. Oder was hat der Char hier an Gear? Weiß gar nicht. Moment, schieben wir das mal weg. Naja gut, 397 ist jetzt zumindest, gar nicht so schlecht, ich dachte eigentlich, das ist schlechte Equip. So, hier haben wir auch noch Armschieden, einen Haufen Summats verkauft, einen Zepter haben wir hier verkauft, ah, schau, da haben wir ein paar Zauberstäbe verkauft, alles für nicht große Summen, aber, ja, es sind auch wieder 11.000 Gold, ne, Kleinvieh macht Mist, dann haben wir danach noch einmal eine Postladung geklein und dann sind wir mit dem Chart tatsächlich auch schon wieder durch und zumindest sind wir über 100k. Wenn ich jetzt überlege, was habe ich insgesamt investiert, in Stoff habe ich 30k investiert, im VZ 60k, also ich habe 60k investiert, um die Berufe auf Max zu skillen und die Sachen herzustellen, also beides und jetzt sind wir bei 125k, quasi, haben wir schon Plus gemacht, ja, wir haben schon über 30k Plus gemacht und ich habe ja noch einen Haufen Materialien im AH, also ich habe ja nicht alles verkauft, wir können jetzt auch dann gleich noch reinschauen, was die Materialien, die ich im Moment noch habe, was die noch wert sind, also das können wir jetzt auch gleich nochmal gucken und das, also das Ganze dazu zu addieren ist ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nie, ob man alles verkauft, aber zumindest um so ein bisschen noch zu sehen, was wir noch zusätzlich an Wert haben und dadurch haben wir auf jeden Fall schon eine Wertschöpfung hier generiert. So, warte mal, den Rest holen wir noch raus, das waren jetzt noch wahrscheinlich drei, vier Aktionen, ja, Vielseitigkeit, Navigation haben wir noch mehr verkauft. Schaut, da waren sie noch 700 Gold wert, jetzt habe ich sie am Ende noch für 300 verkauft, aber ehrlich gesagt, das Zeug wollte ich noch loswerden, weil ich damit sowieso einen Verlust gemacht habe. So, ihr seht, ich habe jetzt hier noch jede Menge Items drin, sowohl Handgelenke, Rücken, jetzt haben wir hier noch mehr, Zauberstäbe, Hosen, Gürtel, alles mögliche haben wir hier drin, teilweise auch Sachen, die mehr wert sind, die mal 5000 Gold wert sind, 4000, 9000, seht ihr die Hosen, die sind teilweise echt gut. Hier bei TSM, meine Aktionen, sehe ich auch immer, was der Wert ist, wenn alles verkauft werden würde, das sind nochmal 300.000, heißt, wir haben so schon einen Gewinn gemacht, haben aber nochmal Items im Auktionshaus, die nochmal über 300.000 Gold wert sind, also, sprich, war das eine lukrative Investition in diese Berufe. Theoretisch müsste man die Startinvestitionen auch nochmal ein bisschen anders anrechnen, aber wir haben ja sogar die Startinvestitionen sogar in einer Woche reingeholt, also top, kann man sich nicht beschweren. So, den Schaß kippe ich jetzt mal, der verkauft noch Transmorg aus Norden von einem Farm, wo sich gar nichts verkauft, das kann man knicken, da habe ich zwei, die habe ich beim, was ich auch noch mache, bei den Basilisken, in der Höhle in, ähm, Dings stehen, na, wie heißt's, ähm, in Strangleshorn oder im Schlingendornental, da gibt's so einen Basilisken, der droppt so ein chromatisches Schwert und ich logge ab und an, wenn ich meine Chars durchlogge, logge ich auf den ein, schaue mir kurz mal an, ist der Basilis da, hau den um und vielleicht ist das Schwert drin und, ja, das Schwert kann halt über 100.000 Gold je nach Serverwert sein, auf manchen sogar mehrere 100.000 Gold, das ist halt so ein, so ein Regenbogen-Glitzerschwert quasi, ich habe's noch nicht rausgezogen, so häufig schaue ich auch nicht rein, aber, ja, vielleicht ist das auch eine Goldquelle, die der ein oder andere von euch nutzen kann und vielleicht können wir am Ende nochmal einmal einloggen, dann zeige ich euch, wo die Höhle ist, wo wir sind. So, das ist jetzt mein nächster Chart und zwar hat der zwei Berufe, einmal Alchi hat der und einmal hat der noch Inschriftenkunde. Jetzt fangen wir, jetzt schauen wir mal, was wir investiert haben in die Berufe, Inschriftenkunde 30k, Alchi auch 30k, halt zum Beruf hochziehen und zusätzlich dann auch noch in Sachen herstellen. Und hier ist es jetzt so, fangen wir mal mit Alchi an, da können wir mal reinschauen und ihr seht, das ist eine ziemliche Nullnummer, da ist fast alles auf Rot, trank der Leichtfüßigkeit, könnte man noch herstellen, der wird noch, aber das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht, das ist alles, ja, nicht sonderlich sinnig. Das Einzige, was man hier machen könnte, also ich spreche jetzt immer von Antonilas, bei euch können die Preise anders sein, da müsst ihr halt gucken, was sinnig wäre, ist, dass man die Flask herstellt und zwar hier, wenn man da das Dreierrezept hat, dann ist es so, dass man Multiprocks kriegen kann, heißt, man stellt es einmal her und bekommt nicht ein Fläschchen raus, sondern zwei oder drei oder mehrere, ne, je nachdem. Und jetzt schauen wir mal hier rein, so ein Fläschchen, die Herstellkosten sind halt 800 Gold und der Marktwert ist halt, ja, irgendwas zwischen, ja, so um die 500 Gold rum ist der Marktwert quasi. Heißt, wenn man das jetzt herstellt und auf dem Dreierrang ist, dann kann man quasi hier Multiprocks kriegen und dann lohnt sich das. Man muss aber dafür erst den Dreierrang kriegen und den bekommt man halt, erstmal muss man Out of Maximum spielen und dann bekommt man den halt über Worldquests in Nassiatar und das sind immer so eine Worldquests, die es im Lager gibt. Warte, wir können jetzt einmal reingucken und zwar, achso, man müsste sich die Worldquests auch freispielen. Die habe ich noch nicht freigespielt hier mit dem Char, dieses muss ich noch machen und hier im Lager oder bei der Horde hier im Lager gibt es eine Worldquest, da muss man halt ein paar Tränke abgeben und dann kriegt man die Essenz. Die ist aber relativ selten da und dementsprechend habe ich mit Alchi tatsächlich, außer dass ich es hochgelevelt habe, so gut wie nichts gemacht, goldtechnisch tatsächlich. Das Einzige, was ich im Moment mache mit Alchi, ist, dass ich, Moment, wo haben wir es? Hier. Ne, das ist es nicht. Wo ist es? Ich brauche die Transmutation. Das hier mache ich. Ich mache quasi die Transmutation, wo ich einmal die ganzen Kräuter umtransmutiere in Ankerkraut und das lohnt sich, einmal am Tag zu machen. Jetzt sehe ich aber gerade, dass ich nicht die ganzen Mats habe. Wir kaufen das und dann zeige ich euch das jetzt mal. Und zwar kosten diese, diese ganzen Kräuter so im Schnitt, kostet ein Kraut 5 Gold. Ja, so ganz im Schnitt, wenn wir es jetzt Milchmädchen in der Rechnung, hier ist es jetzt ein bisschen teurer, ich könnte es die ganz günstigen kaufen, aber ich will mir jetzt keinen großen Steck, rechnen wir es mir mit 6, 7 Gold. Gehen wir mal her. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal jeweils 5, sind wir bei 180 Gold, was ich dafür zahlen muss. So ganz grob Milchmädchenrechnungsmäßig. Hallo, ich will dich aufmachen. Packt schon wieder rum hier. So. Und wenn ich das jetzt herstelle, Ankerkraut, kriege ich halt einen Sack, wo Ankerkraut drin ist. So, dann machen wir jetzt auf. Es sind 10 Ankerkraut drin, ein Ankerkraut ist 150 Gold hier wert, 1500 Gold. Wir haben jetzt investiert, 180 und 1500 haben wir jetzt hier rausgezogen. Rentiert sich, kann es halt einmal am Tag machen. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich mit Alchi großartig hergestellt habe, alles andere. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Heiltränke hergestellt. Ja, genau. Heiltränke habe ich auch noch hergestellt, aber da ist die Gewinnspanne ja auch minimal. Ich werde hier Tränke herstellen, sobald ich das Rang, oder hier die Fläschchen, soweit ich das Rang 3 habe und dann ein bisschen Gämmeln, dass ich Procs kriege. Sonst rentiert sich Alchi relativ wenig. Das meiste Gold, was ich gemacht habe, ist mit Kräuterkunde tatsächlich. Und zwar, Kräuterkunde lohnen sich, Kräuterkunde sage ich, Inschriftenkunde lohnen sich halt ein paar Sachen. Ich habe einmal hier die Sachen hergestellt, das sind die Folianten und so Rollen, wo du dann Ausdauer, Angriffskraft und sowas kriegst. Da können wir mal reingucken. Die haben schon einen Gewinn teilweise, jetzt nicht viel, aber ihr müsst sehen, die sind relativ günstig und das verkaufst du stackweise. Da verkaufst du nicht eins, sondern bei dem, zum Beispiel beim Umskillbuch, kaufst du ja nicht einen Umskillbuch, sondern 20er Stacks oder so. Und dann sind das halt nicht 50 Gold, sondern dann bei 10 sind wir bei 500, bei 1000 Gold Gewinn pro Stack oder so. Also dann rentiert sich das schon wieder. Und die anderen Sachen, die ich baue, ähm, sind hier diese Trinkets. Hoi, ui, da waren vorher die Gewinnspannen wesentlich höher. Was ist denn da passiert? Die sind ja richtig eingebrochen. What the fuck? Was ist da los? Die waren vorher schon noch bei 5000 Gold. Okay, aber, na gut, schwankt halt ein bisschen. Das sind quasi 400 Item Level Trinkets und die verkaufen sich richtig gut. Hier seht ihr, das sind diese Compendium Dinger. Schau, da habe ich sie für 3000 Gold, 2000 Gold verkauft. Und da seht ihr, da verkaufen sich relativ viele. Und was man dann noch, ähm, machen kann, ist Schildhände. Mit dem VZ haben wir ja Einhand, ähm, Zauberstäbe verkauft. Und hier kann man quasi noch die Schildhände dazu bauen. Und die verkaufen sich auch recht gut. Da habe ich jetzt, ähm, was kosten die? 400 Gold, äh, Herstellungskosten, 5000 bis 6000 Gold Verkaufskosten. Also da haben wir auch, äh, 5000 Gold Gewinn pro Ding. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, ähm, dass ich mir alle möglichen Glyphen hergestellt habe. Und zwar musste ich da erstmal die Glyphenforschungen machen, dass, dass ich die alten, ähm, Rezepte kriege. Und zwar, wenn wir da jetzt mal runtergehen, seht ihr, hier sind relativ viele Glyphen. Und dass man die kriegt, muss man halt immer, äh, gibt es hier Glyphenforschung, Fermenttinte, Jade-Tinte und so. Da muss man halt sich immer diese Tinten holen und die Forschungen machen und dann kriegt man die ganzen Rezepte für die, für die verschiedenen Glyphen. Da, äh, kann man halt bei den Glyphen auch Gewinne machen. Hier seht ihr, das ist unterschiedlich, ne? Ist jetzt nicht das Große, aber hier sind es mal 600 Gold Gewinn und das gibt es halt für jedes Expansion quasi. Da muss man halt immer die Tinten von der jeweiligen Expansion holen und kann das, äh, einmal durchbasteln. Und wo kriegt man die her, diese verschiedenen Tinten? Äh, äh, empfehlenswert ist, ähm, das Nordend Dollar, oder ne, es war, glaube ich, nicht das Nordend, sondern das, ähm, Dings Dalaran hier in, kann ich da reinklicken? Ja, genau, das Legion Dalaran und dann gibt es hier in dem, in dem Shop quasi eine Händlerin, die kann die Tinten umtauschen. Ihr braucht quasi die, ähm, ihr kauft euch die Mats quasi die Kräuter von Legion und dann könnt ihr alle Sachen Legion und darunter umtauschen und habt diese ganzen Tinten. Da müsst ihr nicht die Kräuter von den, von Classic, von Burning Crusade und so kaufen, sondern Legion Zeug kaufen und bei dem Händler umtauschen. Genau, so habe ich das gemacht. So, jetzt gucken wir mal rein, was ich hier so verkauft habe. Und zwar, auch Tinten, die wollte ich nicht verkaufen. Introllen habe ich verkauft, ähm, ähm, hier Stärkerrollen, Ausdauerrollen, äh, die Trinkets habe ich hier verkauft, dann hier für 9000 Gold, die Schildhand, die 400, das ist die Schildhand, die 400 Gold Herstellkosten hatte, hat jemand für 9500 gekauft, ne? Hier ein paar Glyphen, Verträge, Sturmwacht habe ich verkauft, wieder so ein Trinket, 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 paar Tinten, die ich eigentlich nicht verkaufen will. Hier, ewig viele Trinkets, seht ihr, eins, zwei, drei, vier, Trinkets habe ich hier verkauft, fünf sogar, und so weiter, ne? Glyphen, und ihr seht, das ist alles von Inschriftenkundler, sind 56.000 Gold, also doch einiges. Es ist halt kein Alchi-Zeug, wie gesagt, Alchi ohne die Max-Rezepte kannst du echt vergessen, das ist leider Shit. Also, wenn ihr euch nur ein paar Berufe hochziehen wollt, Alchi könnt ihr schon mal vergessen. Es kann natürlich sein, dass euer Server einer ist, wo nicht viele Leute, ja, Pots und Tränke verkaufen, dass sie es dann wiederum rentiert. Auf Antidus kannst du es knicken, ja, da ist das Gear-Zeug wesentlich besser. So, was haben wir hier verkauft? Ähm, Tinten habe ich verkauft, auch manche, die ich nicht gebraucht habe, wieder, ähm, ein paar Trinkets, seht ihr, die Trinkets, die gehen weg wie normal, was? Die paar Rollen, noch mehr Kriegsrollen, Glyphen, und hier haben wir die Folianten, zum Umskillen, Fünferstack, 700 Gold, ja, ein paar Heiltränke, die habe ich zum Skillen benutzt, irgendwie C-Ellinde, keine Ahnung, ob ich die verkauft habe, und noch mehr quasi Umskillbücher, ja, über die Masse kommt das Gold rein, ne, aber das Beste sind tatsächlich, ähm, die Trinkets und, die Schildhände, da hast du den höchsten Gewinn mit, aber, klar, Umskillbücher, da macht es die Masse, da kriegt man dann auch noch ein bisschen Gold rein. So, dann sind wir auch schon bei, 86.000 Gold, jetzt gucken wir mal nochmal auf die Liste, was haben wir investiert? Alchi 30, Inshiftenkunde 30, ja, schau, da haben wir schon mal die Investitionen easy wieder reingeholt, und jede weitere Woche, äh, wird ja besser, weil wir die Grundinvestitionen nicht mehr haben, und schon viele Items, äh, nochmal im Inventar. So, hier haben wir irgendwelche Samen, das ist natürlich auch nicht so gut, nochmal ein paar Rollen, ein paar Heiltränke haben wir verkauft, mehr Rollen, Trinkets haben wir verkauft, ja, so das Übliche, komm, das hauen wir gleich rein, da ist nichts Spannendes dabei. So, dann haben wir noch eine Halb Postladungen danach, und das, ähm, Ankerkraut tatsächlich verkaufe ich auch dann einfach so beim Händler, ne, äh, nicht beim Händler, beim Auktionshaus, weil, ähm, ja, da kriege ich quasi jetzt nichts Tolles raus. Wenn ich natürlich dann die, ähm, die Rang 3 Dinger für die Flasks habe, dann wird sich das Ankerkraut rentieren. Oh, war das so nur eine Post, äh, eine Postfüllung, da resetten wir das einmal. Wir sind jetzt schon bei 100k Gold übrigens hier wieder. Mal schauen, was wir dann auf, was wir dann overall raus haben. Was hat man bei meinem Chart? 2,8, ne, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, das wird schon einmal rüber, 2,8, ne, ja, also ich müsste jetzt noch 5, 6, 700k auf dem anderen Account zusammenkriegen, dann hätte ich 3 Millionen jetzt die Woche gemacht. Ja, mal schauen. Also, außer wir zählen die 350k auf dem anderen, äh, auf dem anderen Server auch noch dazu, die ich durchs Pad gemacht habe, aber, äh, wenn wir es genau nehmen, hatte ich das Pad ja auch schon vorher gehabt, ne, aber, naja. Gut, das haben wir jetzt hier noch, das sind nochmal 26k, noch mehr Trinkets haben wir hier, Rollen, 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 bisschen Tinte, Glyphen, oh, da sind ein paar Schriftrollen hängen geblieben, die muss ich dann noch ins AHA stellen, ja, nochmal ein paar Heiltränke, und ihr seht, das ist ziemlich der gleiche Stuff, nichts, nichts Spektakuläres, aber, dann sind wir auch hier wieder auf 100, 120, fast 130k, ne, also auf jeden Fall nicht schlecht, und dann habe ich jetzt quasi noch einen Schar, den ich euch zeigen kann, und wir können jetzt, ähm, auch nochmal einmal gucken, was ich noch im Auktionshaus drin habe, an Goldwert, also, das haben wir 128k, mounten wir noch auf, und dann gucken wir da einmal, was wir noch haben, und zwar, sind wir jetzt, oh, da sind ja tatsächlich nicht so viele Items, oh, war ja, warte, ich habe keine, doch, ein paar Trinkets habe ich noch drin, what the fuck, das wird schon fast alles verkauft, ne, also ich muss hier, mit dem muss ich auf jeden Fall, bald wieder was Neues herstellen, das sind kaum noch Items, die ich hier drin habe, äh, meine ganzen, fast meine ganzen Glyphen sind weg, ne, von denen ist auch nicht mehr, nur noch zwei Schildhände, scheiße, äh, also, so sollte das eigentlich nicht aussah, und ihr solltet eigentlich ständig Items drin haben, ähm, da muss ich nachher nochmal was nachlegen, es sind nur noch 52k an Goldwert drin, also da muss ich dann nochmal nachlegen, aber das machen wir dann später, das Video wird eh schon wieder viel zu lang, habe ich das Gefühl, und, ähm, jetzt schauen wir noch einmal bei meinem letzten Char rein, und zwar ist der, äh, Juve und Inji, und da können wir auch gleich nochmal gucken, was wir da investiert haben, und zwar, Juve haben wir 30k investiert, das war relativ günstig, Inji war teuer, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Inji war es nicht wert, wisst ihr, was das komische ist, die Berufe, wo ich einen Haufen reingebuttert habe, mit denen mache ich kaum was, weil da halt nichts Sinniges ist, VZ hätte ich mir sparen können, und Inji hätte ich mir sparen können, gut, mit Inji kann man so ein paar Gewehre bauen, aber, naja, also, Ziel ist es hier mit dem Char auch 90.000 reinzuholen, mal gucken, ob wir das schaffen, äh, wir schauen jetzt gleich mal ins Ding, in ersten Postkasten haben wir, äh, 19.000 drin, und, einmal noch 175 Mails, jetzt schauen wir als erstes mal Inji rein, was da so Spannendes gibt, und wenn wir hier schon rüberfahren, ihr seht, rot bedeutet nix gut, ja, das Einzige, was sich so ein bisschen lohnt, sind zweierlei Sachen bei Inji, und zwar einmal, ähm, ja, die eine Flinte hier, und die andere Flinte, ne, also es gibt quasi zwei Fernschusswaffen, die man bauen kann, und die, äh, werfen quasi Gewinn ab, man könnte hier noch dieses Zielrohr herstellen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht, das hätte man noch machen können, ja, sonst ist eigentlich alles tote Hose bei Inji, es gibt dann noch, ähm, andere Geschichten, und zwar gibt es zu Mount-Teile, aber da brauchst du die Rezepte aus, ähm, aus einem Dungeon, also einmal gibt es ein Mount aus, ähm, 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 einmal gibt es ein Mount aus, ähm, Motherload, also aus einem Riesenflöts, und aus Mechagon gibt es ein Teil, was man herstellen kann, das kann sich rentieren, da werden wir nachher auch noch einen anderen Schar anschauen, fällt mir gerade ein, ähm, was man da machen kann, und das kann sich lohnen, da braucht man die Rezepte, und das habe ich mit dem Gammelt, deswegen einfach nicht, und das ganze restliche Zeug sind irgendwelche Geräte, was man zum Skillen benutzen kann, und die Brillen sind alle Soulbound, deswegen bleiben eigentlich nur die zwei Flinten, und vielleicht noch diese Sache, was man, diese Zielfernrohrer, die habe ich nicht gemacht, das war es mit Inji, und Inji ist der mit Abstand teuerste Bürof hochzuskillen, weil du für alles extrem viel Expulsum brauchst, alleine schon im, im loweren Bereich brauchst du schon Expulsum, und Inji ist es nicht wirklich wert, ich muss es so, so, ähm, drastisch sagen, das andere was, außer ihr habt natürlich diese Sonderrezepte, dann kann sie es rentieren, ja, und das andere was wir haben, ist hier Juve, und bei Juve ist es so, die ganzen Gems sind es auch nicht wert, ihr seht, mit den fast allen Steinen mache ich Minus, hier gibt es einen, wo ich ein bisschen Plus machen würde, drei Gold, das ist aber zu gering, ihr seht, also das, Steine habe ich keinen einzigen hergestellt, nur zum Skillen, was ich dann gebastelt habe, sind, ähm, hier Ringe, und zwar kannst du Ringe machen, die 300 Item Level haben, beziehungsweise die Brocken halt irgendwie auf Epic die ganze Zeit, ähm, und haben dann 310er Item Level, nicht sonderlich hoch, aber es gibt halt sonst, bei den meisten Sachen, bei Bentegear und so, keine Ringe, die du dir kaufen kannst, und deswegen gehen diese Ringe, wie ihr hier seht, trotzdem weg, also Sinn, äh, ihr seht, das sind alles Ringe, und die gehen, obwohl sie nur 310er Item Level sind, gehen sie weg, und da haben wir eine Gewinnspanne, also ich hab eine, 370 Gold, was ich hier, quasi, ähm, ausgib, um sie herstellen zu können, und, ja, ein Gewinn von 1100 pro Ring, und das ist auch schon ganz ordentlich, da kommt noch ein bisschen was zusammen, also sprich, ich hab diese Ringe hergestellt, und, was es dann noch gäbe, wären mit Ingi Waffen, man könnte hier Stäbe herstellen, die, ähm, ja, 370 sind, ich hab diese Stäbe nicht hergestellt, denn, du brauchst so viel Matzzeug für so einen Stab, ähm, dass die Matz zum Herstellen des Stabes, schon mal knappe 10.000 Gold wären, und ein Stab dann hier im Auktionshaus für 70.000 Gold ist, man hätte das machen können, aber da ich alle anderen Berufe hab und weiß, dass eine Schildhand, äh, teilweise 5.000 Gold wert ist, und so eine Einhandwaffe auch, ähm, 5.000, 7.000 Gold wert ist, wird sich kein Idiot, den Stab für 70.000 Gold kaufen, wenn er eine Schildhand und eine Einhandwaffe für einen Bruchteil davon kaufen kann. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, wahrscheinlich gibt's einen Idiot, der das kauft für 70.000, 370er, aber das war mir tatsächlich zu heiß, und das hab ich nicht gemacht, vielleicht werde ich jetzt über die nächste Woche mal 1, 2 herstellen, und einfach mal gucken, die, die 10k Gold investieren, und mal schauen, ob das weggeht, ich glaub aber, das wird eher ein Minusgeschäft, und, ja, sonst ist jetzt bei Juve auch nicht mehr so viel dabei, was ich hergestellt hab tatsächlich, also das ist es soweit, Ringe und Schusswaffen hab ich gebastelt, und ich hab dann halt noch ein paar Sachen hier verkauft, die ich für beide Berufe beim, ähm, skillen quasi benutzt hab, ähm, das ist aber alles Zeug, was, was ich miese gemacht hab, ne, also auch diese Steine, ich hab mit jedem Stein Minus gemacht, aber du musst halt erstmal das Gold investieren, um den Beruf hochzubasteln, deswegen hab ich da relativ viele Items noch rumflacken, ja, das ist da der Hintergrund, dann hab ich auch wieder den Fehler gemacht, Nylonfaden, und sowas verkauft, das ist natürlich auch nix, auch nix tolles alles, genau, jetzt gucken wir mal, was da noch rumkommt, jetzt müssen wir mal schauen, was, was müssen wir mal reinholen, Juve, Inji, 90.000 müssen wir mal reinholen, oh, hier bin ich mir das erste Mal nicht so ganz sicher, ob, ob wir das erreichen werden, ähm, ach doch, hier, hab ich instabiler, Temporär, gut, das war zum Skillen, das ist wieder ein Ring für 2000, irgendeine Bombe hab ich hier noch verkauft, ah ne, das ist der, das ist die Schusswaffe, ne, die ich da verkauft hab, die geht teilweise ganz gut weg, und der Rest ist halt lauter so klein, klein Scheißzeug, Feuersturm, da haben wir, ja, für 1000 Gold verkauft sie so ein Ring, wenn man halt bedenkt, ne, für 310er Ring, dass da Leute Gold ausgeben, ne, aber, ihr seht, das ist quasi die Haupteinnahmequelle, sind diese komischen Ringe, dafür hätte ich halt nur Juve hoch machen müssen, es gibt zwar auch 370er und Höhe Ringe, die sind aber blöderweise seelengebunden, ne, und dementsprechend, ja, bringt das halt nichts, warte mal, jetzt werden wir hier einmal nochmal resetten, also ich glaub, da werden wir als erstes die Grundkosten nicht reinholen, bei den beiden Berufen, aber ist auch nicht schlimm, ähm, wie gesagt, das Hochskillen war das teure, Gewinn unterm Strich, wenn wir das länger machen, werden wir, werden wir trotzdem machen, also da bin ich mir relativ sicher, so, da la, na ja, dann gucken wir, gucken wir gleich nochmal rein, wo das, ähm, wo der Basilisk ist, beziehungsweise, wir gucken mal noch auf einen anderen Charme, Motherload, will ich euch nochmal kurz was zeigen, ähm, was ich die Woche auch nochmal getestet hab, was aber nur so semi-funktioniert hat, so, was haben wir hier, äh, ja, da hab ich die ganzen Sachen am Anfang der Woche verkauft, hier seht ihr, ich hab hier mit dem, äh, äh, wie Seidigkeitsstein hochgeskillt, und die hab ich halt auch immer Haar verkauft, ne, das hat mich zwar, äh, mehr Gold gekostet, aber, ja, skillen muss man halt trotzdem, so, eine Seite haben wir noch, boah, da werden wir jetzt nur auf knappe 50k kommen, schade auch, schade, schade, außer da ist jetzt noch krass was in, im letzten, äh, in der letzten Mail drin, aber, insgesamt hier auf dem Server 783.000, plus die, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz verschätze, sind wir auf über 3 Millionen Gold, was wir, was wir die Woche gemacht haben, und sogar ohne das Flappy-Pad, was ich auf Lothar noch vertickt hab, das ist, denke ich mal, eine ganz gute Ausbeute, wenn wir den Kurs so weiter, äh, halten, dann hab ich in ein paar Wochen meinen, meinen blauen Spektaltiger, den ich mir jetzt als nächstes TCG-Mount kaufen will, und deswegen mach ich ja auch jetzt, äh, verstärkt Gold-Geschichten, um da hinzukommen. So, letzter Postkasten, äh, da haben wir sogar noch mal ein paar Mal so eine, so einen Ring verkauft, und auch noch mal so eine Schusswaffe, 6.000 Gold, aber ihr seht, mit der Kombination hab ich tatsächlich am wenigsten Gold die Woche eingenommen, aber, ja, trotzdem haben wir, haben wir unterm Strich Gewinn gemacht, konnten zwar jetzt noch nicht ganz die, ähm, Ausgaben für Skillen tilgen, weil Inji ja relativ teuer war, aber wir haben ja auch noch Waren im Auktionshaus, und die sind auch noch mal 100.000 Gold wert, heißt, äh, allein damit sind wir schon im Plus-Bereich. So, dann zeige ich euch jetzt zum guten Schluss noch zwei andere Geschichten, jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich schon bei einer Stunde oder so Video, was ich eigentlich nicht wollte, ähm, ist egal, wir können jetzt mal hier einloggen, ich hab einen im War-Mode und einen im Non-War-Mode, ne, also dementsprechend, ähm, ähm, ja, hab ich das einmal eingestellt, dass ich quasi beide Phasen einmal abgrasen kann, und dann vielleicht das chromatische Schwert rausziehe. Wer das nicht kennt, das ist halt so, wie gesagt, so ein, ähm, Regenbogen, ähm, Regenbogenschwert, und das wollen halt einige, ganz klar, nee, nicht nur durch Berufe, das habe ich, äh, mit Boosten und Berufen gemacht, mit Berufen habe ich jetzt ein bisschen über eine Million, oder etwa, naja, weiß gar nicht, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber schon, äh, schon einiges, also das ist vieles über Berufe, wahrscheinlich so eine halbe Million, bis Millionen habe ich jetzt über Berufe gemacht. Okay, hier ist er nicht da, aber ich zeige euch mal auf der Map, wo ihr hin müsst, und zwar, wir sind einmal hier im Schlingendorntal unten, und dann, äh, gehen wir hier ins untere, also ins südliche Schlingendorntal, und hier in die Höhle, die auf der Map angezeigt ist, lauft er rein, bis ihr quasi in dem großen Mittelraum seid, also hier lauft er rein, haltet euch rechts, lauft hier rum, da hoch, und hier spawnt alle vier Stunden Baselisk, und der kann halt das Schwert droppen, ne, mehr, es ist nicht mehr und nicht weniger, und das ist halt, ja, je nachdem, was für ein Server, über 100.000 Gold wert, und, ab und an logge ich halt, wenn ich die Chars durchlogge, logge ich mal kurz ein, schau, ob der Baselisk da ist, hau ihn um, und der hat halt, der hat wiederum eine kleine Chance, dass das Schwert droppt, ne, das Dauer zu campen, macht keinen Sinn, das ist eine Zeitverschwendung, aber wenn ihr, wenn ihr einen Haufen Chars über habt, die eh nur rumstehen, stellt ihn hin, was ich euch noch zeigen wollte, und das andere, ähm, ist auf Blackmoor, mein alter Horden Mainsharr, ähm, der hat nämlich eins von diesen besagten Ingi-Teilen, von denen ich vorhin geredet hab, und, ähm, da hab ich, war ich noch ein bisschen fleißig, hab die Woche ein bisschen gefarmt, und dann ist mir was Blödes passiert, und das will ich euch jetzt gleich mal zeigen, was, was das Blöde in Anführungszeichen ist, und das, und dann sind wir auch wirklich fertig, ne, ich bin jetzt auch schon ganz heiser, mhm, Sordala, zu viel Läder uns drauf, deswegen dauert das mit dem Laden immer so ein bisschen, ein wenig, aber das, das waren jetzt dann soweit, die ganzen Goldmethoden, die ich die Woche genutzt hab, und wie gesagt, ähm, ja, so um die drei Millionen haben wir jetzt gemacht, ne, die Woche, würde mal sagen, das ist doch eine gute Woche, so, und zwar, das hier ist mein Blackmoor, und ihr seht, er hat kaum mehr Gold, ich hab nämlich, um meine alten Blackmarket-Mounts zu kaufen, auf allen Servern das Gold weggegeben, also, deswegen bin ich fast überall bei Null, und es gibt nämlich hier, wo können wir uns nochmal angucken, es gibt hier ein Mount, und zwar, wo haben wir es, Reittiere, das hier, äh, den Mechamogul MK2, das ist ein Reit-Mount, das wir, quasi uns zusammenfarmen können, im Riesen-Floids, und dafür brauchen wir auch Mats im Riesen-Floids, das kann der Inji bauen, und, ähm, ja, dafür können wir, sobald wir Mütik, im Mütik-Modus plus Null rein sind, können wir von den Roboter-Mobs, diese Sachen abbauen, die wir quasi da kriegen, beziehungsweise, diese Mats bekommen wir auch, wenn wir, ähm, ja, wenn wir den End-Boss in jeder Schwierigkeitsstufe umhauen, wenn wir diese Inji-Brille aufhaben, diese hier, gibt es eigentlich, von jedem von diesen Mattingern, ein bis zwei, ne, und was ich jetzt gemacht habe, ist, nicht mehr Mütik reingehen, und die Roboter abbauen, sondern, ich bin quasi im, äh, im Normal-Modus reingegangen, ähm, zum End-Boss durchgestelft, gut, ein paar Mops musst du umhauen, weil die, ähm, unsichtbarkeitsdetekten schon haben, immer den End-Boss umgehauen, raus, gesettet, wieder rein, hab mir diese Teile gefarmt, ne, also, weiß ich nicht, du brauchst so, ja, eine Stunde, eineinhalb, würde ich sagen, sowas um den Dreh, brauchst du, dass du diese Teile alle 20 zusammen gefarmt hast, ja, dann brauchst du quasi noch Platin-Erz und Sturmsalber-Erz, das kannst du einfach mal Haar kaufen, das kostet so gut wie nix, ähm, das kriegst du vom End-Boss getroppt, den du eh umhaust, den, den Plan kriegst du übrigens auch vom End-Boss in, ähm, äh, vom End-Boss in, Riesen-Flöts, ne, also, den musst du halt so lange fahren, bis du das Rezept hast, und das hier kannst du in Riesen-Flöts kaufen, für 30.000 Gold von einem NPC, und das Problem ist, ich hab mir alles zusammen gefarmt, ihr seht, ich hab alles, also, gut, Expulsum musst du durch den Shuffle holen, aber ich hab hier auch einen Char, der, ähm, Schneider ist, ne, also mein Zweitschad, den ich hier auf dem Server hab, ist, also das Expulsum könnte ich mir über den Schneider-Staffel auch holen, kein Problem, ich hab mir alles zusammen geholt, und dann ist mir aufgefallen, scheiße, ich muss ja das Item hier für 30.000, beim, bei dem Händler kaufen, dass ich das herstellen kann, ich hab aber nur 6.000 Gold hier, ne, das Mount hier ist so zwischen 130 und 150k wert, jetzt kann ich das Mount aber erst, mir Bound und Sahar stellen, wenn ich das Ding hab, und das kann ich mir nur bei dem einen Händler kaufen, für 30.000, ich hab aber nur 6k, jetzt hab ich mir den ganzen Scheiß umsonst gefarmt, weil ich kein Gold mehr auf dem Server hab, um mir das kackt, Mount herzustellen, jetzt hab ich hier halt noch alles mögliche, im, äh, was ich noch, mit dem noch, hab ich auch noch ein paar so Transmachsachen und so einen Scheiß, ne, wir sind so, ha, ha, und ich hoff jetzt, dass da noch irgendwas dabei ist, dass, dass ich, dass ich Gold zusammenkrieg, dass ich das Mount wiederum sälen kann, also, jetzt müssen wir mal gucken, hier, mit dem bin ich halt auch inji, da hab ich auch so ein paar von den Flinten hergestellt und so, das ist jetzt halt auf Blackmon, ne, das nehm ich jetzt nicht in meine, ähm, Dings, 10 Millionen Dings Challenge mit rein, aber ich wollte euch das halt zeigen, ne, das ist so, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, quasi, das zu farmen, da könnte man auch Gold drüber machen, ist sogar einigermaßen effizient, ich weiß jetzt halt nicht, wie gut die Mounts zählen, ne, das, hab's jetzt noch nicht probiert, ich hab mir das damals selber für mich zusammengefarmt, und, ähm, seit der Änderung kann man es sich halt leichter farmen, aber das war jetzt so, so ein bisschen die Geschichte, die, so in die Hose gegangen ist, so, okay, da müsste ich jetzt nochmal ein paar Postkastendinger aufmachen, ich weiß jetzt nicht, ob da noch Gold drin ist, gut, ist jetzt auch egal, ob ich das Gold dafür zusammenkriege, äh, das wollte ich euch bloß noch zeigen, so, ähm, jetzt waren wir wieder ewig lang bei dem Video, ich verspreche euch, dass nächste Woche wird kürzer, da schaue ich mal, was ich die Woche dann so an neuen Sachen rausbringe, vielleicht haben wir da noch den ein oder anderen Tipp, für Leute, die auch jetzt am gut Gold verdienen, oder Gold verdienen wollen, und ja, wenn ihr auch noch irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, das ist auch eine Methode, die wollte ich mal machen, oder die mache ich schon, schreibt die gerne in die Kommentare, ich werde, bin auch gerne bereit, ein paar Sachen noch zu testen, ob sich was lohnt, und ja, können uns gerne noch ein bisschen darüber in den Kommentaren unterhalten, würde mich auf jeden Fall freuen, eutela, bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao!